Musik Es ist immer sehr ruhig, aber das ist ja auch immer die Geschichte, ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen, genau, Wir nehmen den Pott mal in die Hand, wir wollen noch unser Föterchen haben. Also das ist halt das Pott. Föterchen! Föterchen, ja. Föterchen, ja, ist so gut. Nee, aber hier auch. Schuss! Und drin! Von der Latte aus geht er da rein! Unterkante Latte und dann drin! Da passt da aber auch gar nix mehr dazwischen. Das ist ne enge Kuss, der kann ja auch rausspringen. So ist es, ein klasse Tor, Bazzini. Und jetzt gehen sie über den Plügel. Da kommt die Reingabe. Ja, mal ist es! Super Seinig-Packo! Ein super Quattro, das kann man nicht anders sagen. Klasse Top-Fall, da gibt es nix zu halten. Geht nix im richtigen Moment. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Das war einfach und er hat den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Aktion geht weiter. Er zieht ab! So, endlich Tor eins in diesem Spiel. Lang genug hat's gedauert. Der Fans war schon ungeduldig. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Und das ist diese Tor-Such ist ganz klar. Oder Sie? Und Sie? Hier, chill an. Weg mal! Ohne Worte! Klasse Ausfußspiel und das Tor ist fast voll gerichtet. Und den macht er mit seinem schwächeren Moshi. Da kommt der Schuss. Ziel! So, das nächste Tor. Das könnte heute wirklich eine Torreihe geplantiert werden. Gefällt mir, bis der Richtig-Brundzug kann's weitergehen. Ohne Rücksicht auch verlustet. Klasse Aktion. Ball ist weg. Jetzt ist ihn überlegt. Der Beleg. Wird das seine Torchance? Macht er ihn? Und das Tor. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine spitze Leistung. Und das war sein drittes Tor heute. Er gewinnt jetzt. Klasse Aktion. Ball ist weg. Jetzt ist die Kugel weg. Der Beleg. Wird das seine Torchance? Macht er ihn? Und das Tor. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine spitze Leistung. Und das war schon sein drittes Tor heute. Der gewinnt jetzt. Der Beleg. Der Beleg. Klappt das Tor. Klappt das Tor. Klappt das Tor. Ein gut passbares Tor. Sie gleichen hier also aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt noch nah leben würden. Sie wollen jedenfalls guter Seitenwechsel. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ich bin mir nicht sicher, ob er den so machen wollte. Aber ich glaube ich auch. Ich bin mir nicht sicher, ob er den so machen will. Ich bin mir nicht sicher, ob er den so machen will. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er den so machen will. Und das ist noch ein bisschen zu machen. Ich bin mir nicht sicher. 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 Und das ist noch ein bisschen zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob er den so machen will. Da passt er auf und kann klären. Das kann gefährlich werden. Und jetzt der Schuss. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Das überspringt eine sehr interessante Partie zu werden. Und direkt zum Spiel. Der Willi. Können Sie was draus machen? Klasse Vorarbeit. Der Abschluss. Der nimmt den Ball volles Risiko und wird erfüllen. Sie sehen hier das bessere Team. Das ist das Tor kein Wunder. Sie machen das gut. Da kommt der Versuch. Keine Chance für den Vorwärts. Und er verwandelt diesen Freistoß direkt. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine extra Einheit eingelegt hat. Ein richtig guter. Freistoß. Da gab es für den Keeper nichts zu halten. Und den macht der Klasse. Super Freistoß. Der Ball prallt von der Torlatte. Hinter der Linie. Keine Chance für den Torhüter. Da war so viel Wucht dahinter. Da kann er nichts machen. Achtung jetzt. Das war heute überhaupt nichts. Sie werden hier wohl ausscheiden. Sie konnten nie ihre Leistung. Jetzt der Schuss. Ein unfassbares Tor. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Drei Tore. Eine Weltklasseleistung. Tor Nummer drei. Klasseleistung.